Oh, heiß ist es! Komm, hast du den Lied? Das Experiment war ein bisschen geglückt hier, oder? Ja! Aber jetzt zurück in sicherem Fahrwasser. Das nun folgende Lied hat's wahrscheinlich schon der Eierlander gehört, denn es handelt von ihm. Und wenn wir ihn sagen, dann meint wir auch ihn. Bitte begrüßt mit einem gigantischen Applaus. Es ist das erste Mal, dass er hier ein eigenes Konzert in der Magdal Hamburg spielt. Bitte begrüßt den Star der Band, den Star des Abends, den Star der Stadt, Eiermörder von Bastos! Hier ist Mr. Weißpaar! Es sei ja, wie die Menschen, die sich nicht schämen zu sagen, ja, ich bin HSV-Fan. Der HSV ist so wie Olympia. Man will es nicht, aber es ist doch da. Leider kann man nicht abstimmen, was den HSV angeht. Man sollte vielleicht aber endlich mal abstimmen dürfen. aber wir lassen den Sport heute mal in der Sporttasche, in der Umkleide. Wir begrüßen ihn als großen Sportmann, als Menschenkenner und als Freund. und es ist natürlich eine kleine Tradition, dass er auch euch begrüßt und mir in den Mischel wegläuft. Komm her, mein Freund! Guck mal hier, Hamburg, wie schön sie sind! Wink ist freundlich, bitte! Sehr freundlich! Das ist ein schönes Wink! Das ist ein schönes Wink! Herr, was hat man gesagt, dass wir die Hand gleich abfallen? Sie werden sich nicht richtig festgeschraubt haben. Max Power, möchtest du sprechen zu den Leuten? Hast du dir überlegt, was du sagen möchtest? Hast du dich vorbereitet? Okay. Ich war nicht dabei, dass er sich vorbereitet hat, aber ich vermute mal, er würde sagen... Hallo, Hamburg! Und ihr kennt das Spiel! Wir begrüßen Sie mit Hallo Max Power! Hallo Hamburg! Hallo Max Power! Guck mal hier, hat er einfach mit einer Freundin in Hamburg, da läuft es! Und weil es so schön ist, immer wieder mit euch spielen wir natürlich auch dieses Jahr unser wahrscheinlich bestes Lied, das wir gestern haben. Das ist ein Lied auf England, für die... Sind überhaupt irgendwelche Leute zum ersten Mal hier? Doch von der haben wir so Fragen. Okay? Jetzt viele Damen sagen, Schenkenhaus! Okay, für euch solltest das nochmal erklärt sein. Geil! Wir haben jetzt einen Wertigen dabei, endlich! Wir haben jahrelang gewartet, endlich ist ein Wertiger da! Ja hin! Ach, guck mal Max Power! Sie machen hier so einen Tanzkreis! Wir freuen uns nicht! Möchtest du das Spiel, Max? Kommt, wir spielen, das wird ja nichts! Es ist sehr gut zu spielen! Ich bin... Ich bin... Max Power! Max Power! Max Power! I wish Max Power rule the world! Max Power! Max Power! I wish Max Power rule the world! Max Power! x Next Power, I wish Next Power, I want Next Power, Next Power, I wish Next Power, I want Next Power. Jetzt die Stimme, der schwebt groß, Längelt ja seine Zeit, Und es liegt nun mal gerät, Und es liegt nun mal gerät. Next Power, Next Power, I wish Next Power moved. Next Power, Next Power, I wish Next Power moved. Next Power, Next Power, Next Power, Next Power, I wish Next Power, I wish Next Power moved. Next Power, Next Power, I wish Next Power moved. Next Power, Next Power, und nur das ist, ich war dein Mensch, Mensch, Und schön. Eigentlich werden sie nur angefasst werden von dem Security-Fall. Gebt ihr zwei Minuten, dann ist sie wieder da. Oh, sie stolpert schon wieder. Sag mal, was ist denn mit dir? Meri, ganz ehrlich. Wir haben... Also guck mal, was ich ganz vergessen habe. Ich habe hier von der Alex Mova-Gang... Einen Applaus übrigens von der Alex Mova-Gang! Wir haben uns in der Weise ihre selbstbewussten Lichtinstallationen widerstehen lassen. Wenn ich meinen linken Fuß hier rauf stelle, was sehr elegant wird, wahrscheinlich nicht, dann geht das Licht hinter mir an. Und dann guck mal hier. Andere Leute haben da zwei Menschenführer. Nicht so hier. Und das benutzen die jetzt, um mal kurz Saalicht zu bringen. Saalicht hat eine eigene Regie. Saalicht! Aha! So ging es natürlich viel besser. Ich sehe aus, als wenn die alle miteinander befreundet. Irgendwie. Dann könnt ihr mal Gruppen bilden. Wo sind Freundesgruppen? Fünf Stück zusammen heute angereist vielleicht. Der andere sei heute mit dem Ende der Spiel ans Herz gelaufen. Man kann auch auch auf Leute zugehen. Freundschaft. Freundschaft ist für alle da. Man muss sie sich nur selber holen. Wir spielen jetzt einen Zaubertrag für Freundschaft. Und ihr könnt euch vielleicht einfach mal bei den Bieten ein bisschen in den Arm legen. Das macht man viel zu selten in der Weihnachtszeit. Auch wenn der andere schon ein bisschen schwimmt. Dann ist es okay. Wildfreder Menschen legen sich in den Arm hier. Hoffe ich zumindest. Zumindest wir spielen eine Liede zu. Und dann macht ihr eine Liede. Vorher ist das was wir haben. Viel Spaß. Weil, wie wir sind.